Die Mutter ist nicht nur die Mutter vom Mensch, sondern auch von der Welt. Mütter sind wie Bauchnäbel. Ohne sie existieren wir nicht, aber mit uns schon. Auf Aramäisch ist Mutter das gleiche Wort wie Kolb. Die Muttersprache ist die einzige Fremdsprache der Welt, die wir wie intuitiv verstehen. Jedes Kind hat eine Mutter, aber nicht jede Mutter hat ein Kind. Alles Gute zum Muttertag! ... ... Vielen Dank.